Diese hier angebotene 4-Zimmer-Wohnung ist ab August 2013 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf unter Bilk. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 77 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 1.690 Euro. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017